Herzlich Willkommen zu dem nächsten NES Let's Play. Heute ist dann 720, ein Skateboard Spiel und bin schon sehr gespannt auf Skateboard fahren und alles was rollt, stehe ich ja sehr. Wow, das ist aber gleich mal ein cooles Coverbild hier. Mal sehen, wie sich das so spielt. Okay. Aha. Wow, ist das jetzt eine Levelauswahl gewesen? Aha. Okay. Hopp. Und rein in die Pfütze. Hab ich da irgendwie Tricks machen? Ja, ich kann springen. Hopp. Das ist ja voll. Ready. Ja. Ja, Tony Hawk. Ah, das war nix. Ich denke, ich drüber springen. Komm schon. Und auf der Schnauze. Und noch mal hingefallen. Ich wollte einen Trick machen. Skate or die. Kann mir das sagen. Ist das ein Bienenschwarm? Ich glaube, das soll mich nicht kriegen, oder? Der soll mich wohl nicht kriegen. Gut. Jetzt weiß ich es auch. Sein Gesicht ist schon zuvor. So, kann ich da jetzt irgendein Level auswählen? Und da steht nur, du bist hier, sonst ist nix. Okay. Hopp. Da schaut noch gut aus. Und das ist eine. Und das sind Autos. Das sind Autos. Aber es sind sehr deckige Autos. Ich kriege da keine Punkte. Einfach nur springen reicht nicht, oder? Was ist denn das? Muss ich in der Luft machen? Noch mal. Ringen und in der Luft noch irgendwas machen. Hm. Hat nicht funktioniert. Nicht funktioniert. Da haben wir schon wieder zu doofen Bienen. Bienen haben mich gefressen. Warum müssen die Bienen kommen? Das ist ein komisches. Warum? Out sind dann immer auf die Outzer. Und hopp. Ah, muss ich vielleicht zweimal drücken, zum wieder landen? Mal gleich. Ja, das ist es. Punkt, der euch trotzdem keine kriegt. Naja. Okay. Und so reinfahren. Ein Skatepark, wo was? Das ist mir nur auch, was sollte der Umfug eigentlich. Ah, ich kann in der Luft was drücken. Dann macht es, glaube ich, in den. Geh weg, Biene. Ah. Gefluchen gefallen. Aufgefressen. Ja. ist wohl kein rekord geworden kontinu ich möchte den level auswahl rein irgendwie irgendwas auswählen 1000 100 dollar habe ich und da läuft die zeit ab hilft doch was ist denn da los nicht jetzt so kriegt man geld nochmal ja gut okay dass wir haben wir geschafft gibt es noch etwas anderes cooles haben wir schon wieder wasser und jetzt schon diese bienen sind schon selbst im spielelement kommen die einfach und das war nicht wert genug und ja cooler trick ja ich aha was ist da los downhill ja ja downhill das ist vollends bitte downhill downhill klasse 1 oh yeah okay steuerung ist gewinnungsbedürftig gewinnungsbedürftig silbermedaille obwohl ich eigentlich nur auf der schnauze gelegen bin und ich mag die pixel grafik total ist voll nice gemacht ähm würde ich gerne nochmal nochmal den downhill probieren gleich nochmal downhill äh vielleicht nicht nochmal machen okay was ist das frisbee spielende muskelfrau keine ahnung oder entlang und hoffen da gibt es irgendwas was gibt es da ja kann ich mir einen helmen kaufen schau mal was es noch gibt mal schauen und schon auf der schnauze noch besser wo muss ich springen wo ist der punkt wirklich abspringen muss ich da 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 aha okay voller trick und aha ausgehüpft keine medaille äh wundert mich jetzt nicht kein bonus überraschung überraschung okay das müsste man definitiv macht aber spaß also kann ich mir vorher könnte ich mir vorstellen länger zu spielen aber das ist die map wo ich jetzt check ich das mit der map kann man nur die map aufrufen und dann irgendwo hinfahren zu irgendein event das ist ja schon fast ein open world game okay wir wollen nicht übertreiben da ha autos geht da wollte ich jetzt wir fahren zu den pads ja red ready muskelmann aber es ist da cool war ich ja in echt auch ganz gern skateboard überraschung dann wie das so ist hier hallo also bisschen mehr zeit hätte die mir schon geben können ok wie gesagt ich spiele es zum ersten mal deswegen sorry hatte aber da liegt was ist das da war doch gerade das am boden oder grafik oder was ein grafikfehler natürlich auch sagen 720 skateboarding meine damen und herren ein cooler spiel gut irgendwas bekommen have a nice day so da was kommt jetzt da bald kein geld mehr wenn wir skaten jump ja 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 rein da bevor die bienen kommen so einfach nur glück ok große naja immerhin 25 dollar bonus auch noch wofür auch immer ja klasse beendet klasse 2 weiter gehts gleich wieder zum nächsten action punkt wieder wieder da oben wieder von oben nach unten rams schauen ob ich jetzt besser bin ok da hätte ich früher eindrücken wird er drücken müssen ok kein schönes gehen soll ich klang wie landig 10 kein schimmer mal abgeschlossen gleich geht es weiter nervig dass man jetzt zum nächsten event waren muss ich jetzt nicht unbedingt klar warum sie das gemacht haben das soll in dem ganzen irgendwie eine offene skate welt zur verfügung stellen leider ich brauche ein ticket ich habe kein ticket wieso habe ich kein ticket muss ich mir das jetzt verdienen aber weiter ich bin an bord stellen ein bisschen gründen warum geht das nicht wenig geld nein kann ich teilen oder zu wenig geld doch super flüssig jetzt wirst mich dieses komische tings weiter geht weiter jump sehr gut das habe ich vor allem ganz gut gemacht mal schauen ob ich das nochmal schaffe ja wieso nein nein steuerung steuerung hallo steuerung ist auch nur so mittel kein medaille dafür gibt es bonus also die steuerung und die mit sich echt ein bisschen rein fuchs noch du bewerb oder ab ja bewerb ja 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 ich will downhillen du brauchst dein ticket lass mich downhillen man also du kommst hier nicht hinein du bist noch kein gut genug skater du brauchst ein ticket da kriegst ein blödes ticket game over gut leute game over das war es für mich wieder wenn die skateboard fahren ist ein ganz nettes spiel kann man mal spielen wenn man gern skateboard fährt wie es vielleicht besonders cool steuer hat mich jetzt nicht ganz überzeugt war teilweise schon recht hart ansonsten lustiges spiel aber nicht sagen gut an der stelle sage ich mal wieder danke fürs zuschauen wenn ihr mehr ns spiele sehen wollt abonnieren und natürlich eine lektor lassen wenn es euch gefallen hat ansonsten bis zum nächsten game